Tja, 20 Uhr und 7 Minuten. Guckt euch das an. Das kann doch alles nicht wahr sein. Der 16.09.2019. Den ganzen Tag schon brandgebrochen. Und jetzt auch noch. Wie gesagt, Montag. Letzte Woche habe ich Anzeige. 46, 47, 48, 49, 50, 51 abgegeben. Schaut euch das an. Das ist doch nicht zu fassen. Das kann es doch nicht sein, oder was? Und keine Sau kümmert sich ja drum. Ich weiß nicht, was das für Dübels an den Hotels sind. Von der anderen Seite könnte ich genau wie ich jetzt den ganzen bepissten Rauch sehen. Ich verstehe das nicht. Und keiner interessiert sich drum. Fieses Brandgeruch.